Klar, ich wusste, was es geht, aber ich bin dann so gesagt, aha, okay, macht etwas mit einem. Es hat ganz viele Sachen drin, wo du denkst, shit, stimmt. Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel Füssli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi, du bist dabei über den Bücherrand gelandet. Mein Name ist Sarah Christen und du kennst es. Bei diesem Podcast treffen wir immer auf spannende Menschen und auf Themen und Bücher, die ihnen am Herzen liegen oder sie auf eine ganz spezielle Art und Weise geprägt haben. Heute ist Nadja Zimmermann bei mir. Sie ist Autorin, Podcasterin und auch Veranstalterin der Mamanbase-Partys. Nadja, schön bist du da. Danke. Du bist ja eine mega vielseitige Person, vielseitig beschäftigt. Sind Bücher für dich darum eher etwas zum Entspannen oder auch zum Weiterkommen, die dich weiter vielseitig beschäftigen? Wie sieht es das aus? Ich glaube, es ist ein bisschen ein Mix von allem. Aber für mich ist es auch ein Tool zur Wissensbeschaffung. Und es stillt meine Neugier. Ich weiss nicht, irgendwann kommt dann auch noch die Entspannung dazu, aber ich glaube, die kommt erst dann irgendwann nachher. Vor allem, ich frage mich dann immer, wenn man sich ja zu einem spezifischen Thema weiterbilden will. Ich komme dann ein bisschen im Pressure, über das richtige Buch auszuwählen. Weil es gibt ja so viele Bücher zu einem bestimmten Thema. Und dann bin ich immer so... Also dort fängt bei mir schon der Stress ein bisschen an, wenn es darum geht, gute Bücher auszuwählen. Ja. Bei dir auch, oder? Ja, aber dann tue ich, glaube ich, einfach in der Buchhandlung ein bisschen lustiger an. Und dann siehst du dann nochmals relativ schnell, mit welchem kannst du dich vielleicht am ehesten anfräumen. Oder gibt er mehr? Du schreibst ja auch viel, und zwar auf der Plattform Lumalu, das ist eine Online-Plattform für all das, was das Leben schöner und auch gelassener macht. Hast du auch in diesem Kontext auch schon Bücher geschrieben? Also das hat ja einen starken Fokus auf verschiedene Menüs. Und Kochbücher, deine Leidenschaft zum Schreiben? Wie willst du das sehen? Also ob Kochbücher schreiben, meine Leidenschaft ist... Dort ist natürlich... Also der Text gerade da natürlich ein bisschen im Hintergrund. Das sind vor allem, es ist das Kochen, es sind Fotos. Und dort eher weniger jetzt auch auf der Webseite das Schreiben gerade ein bisschen im Hintergrund. Ausser wenn ich zum Beispiel so eine Reise mache und über eine Reise oder über ein Hotel schreibe natürlich. Dort kann ich ein bisschen mehr erzählen dann. Aber sonst ist schon vor allem eine Bildwelt, die sehr präsent ist. Aber trotzdem, schon immer will ich ein Buch schreiben. Ist das so für eine Bucketlist von dir gestanden oder hat es das eher so gegeben? Ja, ich habe lustigerweise schon, wo ich, ich glaube, wo ich etwa zwölf war oder so, habe ich ein Buch geschrieben. Irgendwo habe ich noch Auszüge davon. Aber das wäre ein Roman gewesen. Ich hätte natürlich gedacht, ich gehe in die Richtung, aber ich bin natürlich jetzt ein bisschen abgetrifftet. Aber in einer sehr feinen Ecke, muss man an dieser Stelle sagen. Wie finden wir denn seine Nischen bei solchen Sachen? Also nicht nur jetzt beim Schreiben, aber du bist ja mega vielseitig talentiert. Hast in den Medien gearbeitet, bist jetzt auch noch für ein anderes Medium tätig. Aber Kochen oder Menüs zu bereiten und mitzugeben, das ist dein Ding geworden unter anderem. Wie findet man das? Es ist wirklich einfach irgendwie passiert. Es war auch gar nicht mein Ziel, irgendetwas mit Essen zu machen. Und ich hätte ganz ehrlich nie gedacht, dass ich mal irgendwie in die Richtung gehe. Das hat sich ergeben, Schritt für Schritt. Und ja, ich stunde heute manchmal nur, wenn ich so sehe, was heute so mein Lebensinhalt ist und was ich vor 20 Jahren gedacht hätte, was er eigentlich könnte sein. Was hast du vor 20 Jahren? Alles andere. Aber es ist, ich habe weissens Gefühl, ich habe so verschiedene berufliche Leben gelebt. Und immer wieder von vorn angefangen. Einfach, wie es wieder neue Interessen oder neue Möglichkeiten gab. Ich versuche immer, wenn es sich Möglichkeiten gibt, wenn ich irgendwie sehe, ich will alles ausprobieren. Manchmal gibt es nichts daraus und manchmal bist du Hochbuchautorin. Eben weiterbilden und Skills entwickeln, das kann man ja auch durch Bücher. Welche hast du heute dabei? Über welche reden wir? Wir reden heute über das ganz neue Buch von Barbara Bleisch, «Mitte des Lebens». Dann dazu passend von Elke Heidenreich, «Altern». Das ist auch noch relativ neu. Dann habe ich von Michael A. Singer, «Untethered Soul». Von Joachim Meierhoff, «Hamster im hinteren Stromgebiet». Und dann noch die Biografie von Matthew Perry. Alles mega spannende Bücher. Wie hast du die jetzt ausgewählt? Was hat es für einen Kriteriopunkt gegeben? Oder welche Perspektiven? Grundsätzlich lese ich sehr viele Sachen, die autobiografisch geprägt sind, weil ich das sehr spannend finde, was in anderen Köpfen vorgeht. Und ich finde einfach das Leben von anderen, was dort so alles passiert, ich finde das immer sehr faszinierend. Das interessiert mich fast mehr als zum Beispiel eine erfundene Geschichte. Und dadurch hängen die alle ein bisschen zusammen. Es geht um das Leben und um die Hürden, die man im Leben hat, die Schwierigkeiten, Themen, die man im Leben hat. Es ist so ein bisschen der Verlauf des Lebens. Ich finde, das ist mega schön gesagt. Wir starten gerade nicht mit dem Anfang des Lebens, sondern mit der Mitte des Lebens sozusagen. Und zwar mit Barbara Bleisch. Warum hast du das Buch ausgewählt? Ich habe lustig auf Instagram gesehen, wo sie gerade gesagt hat, «Moran kommt das Buch raus». Und ich habe so gedacht, «Yay, ich gehe mal in die Ferien». Super. «Mitte des Lebens» ist der Titel «Ich bin ein bisschen drüber». Wahrscheinlich, man weiss es ja nicht. Aber es hat mich durch das natürlich gerade angesprochen. Es ist Philosophin auch. Mich hat den philosophischen Ansatz interessiert. Und ich habe gedacht, das ist sicher ein Buch, wo man so eins zu behalten, wo man immer wieder ein bisschen Sachen daraus rausnehmen kann. Es geht ja um Herausforderungen, wo das Leben einem halt so stellt. Auch das Managen der Familien-Dasein, aber auch mit der beruflichen Planung und dann auch noch die persönliche Erfüllung. Und es geht ja wirklich darum, Lebensentscheide und Prioritäten zu reflektieren oder wie man mit dem umgeht. Oder wie auch Barbara mit dem umgeht. Was hat das mit dir gemacht, nachdem du es gelesen hast? Für mich war es so ein bisschen ein Abriss, durch die ganze philosophische Welt auf dieses Thema bezogen. Sie zitiert sehr viele verschiedene Philosophen und Anschauungen. Und ich habe es von dem her eigentlich so als Basisinformation zum Thema Mitte des Lebens sehr spannend gefunden, um zu sehen, wer was dazu schon gesagt hat. Früher. Jetzt hat es von ihr selber, persönlich, es hat es nicht so viel drin. Mich hätte auch noch natürlich interessiert, was macht es mit ihr? Was sind ihre Gedanken dazu? Das erfährt man jetzt nicht so. Es ist wirklich eigentlich sehr allgemein gehalten und eine philosophische Reise durch das Thema Älterwerden. Es geht ja eben auch darum, diese Lebensentscheide oder Prioritäten zu reflektieren. Hast du beim Lesen, wenn du so denkst, ah, das ist der Entscheid, den ich noch dazu mal traf habe, ich weiss nicht, ob ich das noch mal so machen würde. Oder wie gehe ich jetzt mit dem Entscheiden um? Hat es jetzt so irgendetwas gegeben bei dir? Schön finde ich, gerade bei dem Thema Entscheidungen, ich persönlich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe sehr viele falsche Entscheidungen für mich. Wirklich? Ja. Und das ist so etwas, wo ich mich immer ein bisschen schwer tue, wenn ich auch vor einer Entscheidung stehe, dass ich denke, ach, wenn jetzt, und dann wäge ich immer ewig lang ab und dann mache ich dann einfach irgendetwas und dann finde ich im Nachhinein, ach, hättest du vielleicht und so. Aber was so etwas Versöhnliches, was ich hier drin gelesen habe, ist eben das mit den Entscheidungen, also in dem Moment, wenn du sie triffst, also auch die Entscheidungen, die ich jetzt vielleicht mit 21 getroffen habe, zu dem Zeitpunkt ist es für dich das Richtige gewesen. In dem Moment denkst du, hey, ich gehe jetzt einfach mal da durch. Und im Nachhinein denkst du vielleicht, das ist ja vielleicht nicht so gut gewesen, aber für den Moment hat es gestimmt, also kannst du dir selber auch nicht vorwerfen. Man hat eine mega Tendenz, sich selber fertig zu machen. Hätte ich doch, hätte ich doch. Ja, also das hätte ich doch, wann, nicht, wenn, das finde ich auch, manchmal ist man so streng mit sich selber, was das anbelangt. Und ich finde immer so, der Umgang mit sich selber hat, wie wenn meine Freundin die Entscheidung getroffen hat, hätte ich sie, glaube ich, meistens sehr wahrscheinlich in dem bestärkt. Hey, nein, du bist dort eben 21 gewesen oder so. Aber mit sich selber ist man immer so kritisch, was das anbelangt. Ja, man ist sehr streng mit sich und man redet sich auch anders, als man mit seinen Freundinnen sprechen würde, oder? Wie streng bist du mit dir selber? Ich bin netter geworden. Ich habe mich jetzt nicht gerade fertig gemacht, das schon nicht. Aber ich hatte sehr hohe Erwartungen immer an mich. Aber ich glaube, das hat ein bisschen nachgelassen, dass ich eben mit einer gewissen, oder mit mehr Leichtigkeit auch durchs Leben gehen kann und eben auch sagen und versöhnlicher kann sagen, hey, jetzt habe ich das gemacht, das hat dort so gestimmt, ist jetzt, man weiss ja nie, was es gewesen wäre, wenn du jetzt anders entschieden hättest. Priorität und Ziel ist ja auch etwas, das behandelt wird bei der Barbara. Das habe ich mega spannend gefunden, so eine Reflexion, okay, so was sind jetzt effektiv meine Ziele? Also nicht einfach, hey, ich will jetzt das und das machen, sondern was will ich wirklich? Das ist ja auch eine Frage, die uns generell immer wieder umtreibt als Menschen. Was sind so deine Ziele und Prioritäten aktuell? Eben, wenn es darum geht, Balancen zu haben, du hast verschiedene Sachen am Laufen, wie sieht das jetzt gerade bei dir persönlich aus? Also schön habe ich gefunden, jetzt auch gerade bei den Lektüren von diesen Büchern, dass natürlich eben weiterhin ein Ziel zu haben und nicht einfach nur, dass es noch wichtig ist oder dass dich lebendig behalten, in dem Sinn. Ich sage, ich habe ein übergreifendes Ziel, aber das ist eigentlich sehr allgemein gehalten. Muss ich aber auch allgemein halten, wie sich bei mir vieles immer wieder verändert und auch Bedürfnisse und Interessen wieder verändert. Ich möchte einfach Freude an den Sachen, die ich mache und ich suche dann immer wieder, ich finde immer wieder neue Sachen und ich finde, ich möchte jetzt dieser Sache mehr Lebenszeit schenken. Und ich glaube, ich bin dann immer irgendwie so ein bisschen am jonglieren. Das ist eben noch ein wichtiger Punkt, Lebenszeit, die ist mir heilig. Schön. Und ich möchte wirklich, ich mache so 90 oder vielleicht sogar 94 Prozent noch Sachen, die ich wirklich gerne mache. Es ist vor einer Lebenszeit angesprochen, also die Zeit, die wir ja auch da auf der Erde haben und was wir mit dem machen und investieren. Und um das geht es tendenziell, es geht ja auch ums Alter, geht es bei der Elke Heidenreich. Das nächste Buch, über das wir reden. Warum hast du das Buch auf die Liste gesetzt? Das hat halt gerade so ein bisschen in die Thematik hinein gepasst, auch mit Barbara Bleisch und mit der Mitte vom Leben. Und ich finde halt, ich habe es gewählt, weil ich finde es Elke Heidenreich halt auch wirklich super. Ich lese sehr gerne Sachen von ihr. Die sind auch viele, sind auch biografisch geprägt, viele Sachen, die sie schreibt. Und ich wollte ihre Sicht hören oder lesen und ich weiss auch, sie ist so ein bisschen älter. Also sie kann wie, Barbara Bleisch ist so ein bisschen in meinem Alter, und sie ist schon in meinem Alter gewesen und schaut jetzt wieder zurück oder ist einfach an einem anderen Ort. Und das finde ich natürlich auch spannend. Also sie ist jetzt, also wo sie das Buch geschrieben hat, ist sie 80 gewesen. Das ist so crazy, nicht? Ja. Jetzt kommt natürlich die klassische Frage, hast du Angst vor dem Älterwerden? Nein, das habe ich nicht. Ich finde nicht alles lässig am Älterwerden. Ich muss aber sagen, ich finde, es ist ein mega Geschenk, jeden Tag, wo ich verwache und nach wie vor gesund bin. Ich glaube, das Älterwerden ist dann lustig, wenn man nicht gesund ist. Aber wenn du gesund bist, finde ich das Älterwerden eigentlich sehr spannend. Und ich weiss natürlich, klar, man verwelkt ja auch so ein bisschen äusserlich und so weiter. Das sind sicher Themen. Irgendwann schaust du in den Spiegel und denkst, ach, wo kommt jetzt das her? Aber ich glaube, Gesundheit ist wahnsinnig wichtig und ich glaube eben, wie gesagt, jeden Tag ist doch merci vielmals. Was hast du für Ansätze aus einem Buch rausgenommen, wo so deine Perspektiven auf das Alterwerden beeinflusst haben? Oder wo hast du gewonnen, so ah ja, das macht jetzt mega Sinn oder ui, das hat mich jetzt auch vielleicht überrascht? Überrascht hat mich eigentlich nichts. Was ich sehr lässig gefunden habe, ist, sie hat auch sehr viele Zitate, wo sie ins Buch einfliessen lässt, aber sie nimmt auch Stellung dazu. Sie sagt zum Beispiel, der griechische Philosoph sowieso sagt das, aber ich sehe das gar nicht so. Und das ist so sie, oder? Sie sagt ja, sie sind keine nette Alte. Und das finde ich so sympathisch. Es hat so viel Persönlichkeit, das Buch, finde ich. Ja, und sie hat so die Ecken und Kanten und sie hat einfach ihren Stil und ihre Art und sie sagt, was sie denkt. Es ist, und ich finde, das Buch macht Mut. Sie fängt im Buch auch an mit so zwei Arten, wie man das Leben beschreiben kann. Das eine ist sehr negativ und das andere ist dann eigentlich, wenn man halt älter wird und uns dann vielleicht ein bisschen versöhnlicher anschauen kann. Das klingt dann ganz anders. Die gleiche Lebensgeschichte ganz anders erzählt. Das finde ich auch sehr spannend. Und so hört es dann auch so ein bisschen auf. Auch wieder, ich kann sagen, mit so zwei Versionen, mehr oder weniger. Aber sie macht Mut. Wie gesagt, sie ist jetzt aktuell 81 und ich glaube, sie macht Freude aufs Alter. Ich glaube, das ist das, was das Buch in mir auslöst. Sie nimmt einem so die Angst. Ich bin 32 und fange mich jetzt langsam an, damit auseinanderzusetzen. Also schon nur visuell so, ah, Fältchen, aber auch so, ah, die Freundinnen und Freunde werden nicht weniger, aber die Lebensphasen sind immer stärker und man setzt sich auch, weil man halt auch Familienmitglieder hat, die sterben, so ein bisschen mit der eigenen Sterblichkeit auseinander. Und ich finde, das kann einem ein bisschen zu viel werden ab und zu. Und sie begegnet eben einfach so, wie zu einer, wie es läuft eigentlich nicht so, dass ich so finde, aha, ja, wieso mache ich mir da jetzt so einen Stress? Ist doch voll lustig, ist doch voll schön, auch irgendwie eben so die neuen Phasen so können anzugehen im Leben. Ja, und ich finde es eben so schön, wenn auch sie sagt, weißt du, wenn sie zum Beispiel auch so die verschiedenen Etappen durch, oder die verschiedenen Jahrzehnte, oder wie 40 ist für sie, könnte ich doch noch mal 40 sein, oder? Wobei sie hat, nein, sie hat die Wehmut nicht, weil ich glaube, sie hat, sie sagt auch, als sie dann um die 50 war, hat sie eher so ein bisschen melancholische Phasen gehabt und so, aber rückblickend, du merkst, es geht weiter und du hast all die Phasen, die du vorher gehabt hast, hast du einfach wieder, einfach in einer anderen Intensität oder in einer anderen Art und Weise. Aber ich finde es, sie tut auch gewisse Sachen ansprechen, wie zum Beispiel Altersdiskriminierung, aus ihrer Sicht, oder auch, wenn sie möchte irgendwie, sie geht auf Amsterdam, möchte irgendwie in ein Museum gehen und dann muss sie alles online, das Ticket online lösen und alles und dann noch so ein Sitzlott und so und dass sie das als 80-jährige total überfordert, dass man wie gar nimmer schaut und sie möchte einfach gerne an den Schaltern gehen, oder? Und jetzt hat sie einen Instagram-Account und hat eine Freundin von ihr geholfen, den einzurichten und es ist irgendwie ganz rührend auch, wie sie den so betreibt und so. Ja, es macht auf jeden Fall, das Buch macht sehr viel Freude. Sie betont also die Weisheit und der innere Friede, die mit dem Alter kommen kann. Es wird vieles egaler. Ja, ich finde es schön, wenn du die Recherchen darüber machst, sagen sie, ja, die Weisheit und der innere Friede und dann gibt es ja auch, das finde ich auch mega schön, es wird dir einfach egaler, aber das ist auch okay. Wie sieht es bei dir aus? Gibt es jetzt etwas, das dir weniger Stress verursacht, wie früher? Oder egaler ist, wo du gelassener bist? Mir kommt jetzt gerade so konkret nichts in den Sinn, aber ich muss es definitiv unterschreiben, dass es so ist. Mir ist heute vieles mehr egal, als es früher war. Mir ist eigentlich vieles egal, muss ich sogar so sagen, weil ich habe ganz andere Prioritäten und es ist, ja, vieles ist einfach mir nicht mehr so wichtig. Mir ist einfach wirklich Gesundheit, den Kindern geht es gut und dann ist die Basis schon mal da. Ich muss das Dach im Kopf haben, es muss Geld verdienen, weil ich gesund bin. Einfach so. Und dann ist es schon mal gut. Der Rest kommt und geht und tut und macht. Wir kommen aber jetzt zum nächsten Buch, «The Untethered Soul» von Michael A. Singer. Ein Buch, das du selber sehr toll findest. Warum? Das Buch hat mir eine Freundin empfohlen und sehr viele Bücher, die ich lese, empfehlen mir Freundinnen oder Freunden. Und ich bin dann immer die treue Leserin. Und das ist tatsächlich ein Buch, das ich finde, wo man wahrscheinlich, wenn man so funktioniert, wie ich, sehr viele Sachen anstreicht, Sachen notiert und dann tut man es einfach behalten, nimmt es dann irgendwann wieder füllen, wenn es einem nicht gut geht. Wichtig, wenn es einem nicht gut geht, nimmt man es füllen und dann relativiert sich ganz viel. In diesem Buch geht es ein bisschen um die Beziehung, die wir haben zu unseren Gedanken und Emotionen. Und es ist so ein Augenöffner. Es hat ganz viele Sachen drin, wo du denkst, «Shit, stimmt!» Zum Beispiel, was strichst du so an oder was hast du so angestrichen? Weisst du, zum Beispiel, wie du, ja, also schon nur der Fakt, dass unsere Gefühle machen, ob es uns gut oder schlecht geht und unsere Bewertungen wiederum machen, wie unsere Gefühle sind. Also das heisst, es hat sehr viel damit zu tun, wie wir geprägt sind, was wir für Erfahrungen haben, wo wir herkommen, wie wir etwas sehen. Ich meine, du kannst in einem Raum stehen, es hat 100 Leute, es passiert etwas, 99 finden es total easy und jemand findet, oh mein Gott, so schlimm. Also wir haben alle so eine irgendeine gefärbte Brille an und wenn einem das bewusst ist, dass das bist einfach du jetzt, wo das, und du könntest es auch anders sehen, das finde ich, das macht in mir ganz viel. Der Michael, der Michael, ich habe, wie so der Michael, mein Kollege, also der Michael Singer, bespricht so ja das über die Notwendigkeit von dieser inneren Begrenzung, die man hat und auch sich von diesen mentalen Blockaden zu befreien. Wie einfach ist dir das gefallen oder fällt dir das? Einfach ist es nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass man mal das Bewusstsein hat dafür. Und wenn man das hat, dann wird man immer wieder in die Falle reingetappen. Aber ich glaube, das Bewusstsein, dass du merkst, oh, ich bin jetzt wieder in die Falle reingetappt, ist doch schon mal ein wichtiger, großer Schritt. Ob du dann wieder rausfindest aus dieser Fall, ist etwas anderes. Aber dir ist es bewusst und du weisst, du funktionierst jetzt halt so. Das ist etwas, das dich triggert oder das in dir auslöst. Und ich glaube eben, und das sagt auch er in dem Moment, wenn du dich mehr mit dem auseinandergesetzt hast und dann merkst, jetzt passiert etwas und das geht nicht in eine gute Richtung, dass du es einfach stoppen kannst. Dass du einfach sagen kannst, nein, stopp, ich weiss, was passiert, wenn ich mich dem Gefühl einlasse, mache ich nicht. Das kann ja in verschiedensten Sachen sein. Auch bei Liebeskummer oder was auch immer. Dass du einfach sagst, Moment, jetzt driftest du wieder ab und das einfach versuchst, etwas anderes zu machen. Es ist ja so, das vorübergehende Phänomen, es ist jetzt da, es ist jetzt gerade präsent in deinem Leben, aber ich finde so die Aussage, es geht wieder vorbei. Man hasst ja, wenn das einmal jemand sagt, das Zeit hält alle Wundern und so. Aber ich glaube, von diesem vorübergehenden Phänomen ist es jetzt über zu schiften, so die Präsenz ins Leben hinein. Ich glaube, das ist das, was mich so beeindruckt hat von diesem Buch. Das Bewerten von, ah, das ist jetzt ein Phänomen, das ist ein Gedanke, das wird weiter, weiter gehen, komme ich, beschäftige mich mit etwas, was jetzt gerade da ist in meinem Leben und mir im besten Fall auch noch eine Freude gibt. Das ist so das, was mich bei mir in diesem Moment so ausgelöst hat. Ja, genau. Sehr vieles ist weniger schlimm jetzt gerade in diesem Moment, weil man beschäftigt sich mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft, die vielleicht dann gar nicht so wird sein. Aber jetzt im Moment ist häufig einfach alles gut. Das ist übrigens auch im Eckart Tolles im Buch jetzt, ist doch das auch so ein Thema. Du musst, dass du immer wieder gehst ins Jetzt und einfach, was ist jetzt? Weil du kannst, man hängt so viel einfach der Vergangenheit nahe und das erzeugt dir dann wieder die Gefühle und dann bist du wieder in diesem Strudel hinein und dann öh und so und eben dann sind wir wieder bei der wertvollen Lebenszeit. Es ist wirklich schade, oder? Mega fest. Aber ich glaube, du und ich haben uns ja jetzt schon so miteinander gesetzt und wir reden so drüber, das wäre das so mega einfach, easy so. Ich frage mich immer so, wenn ich mit Leuten drüber trete, die vielleicht nicht so bewandert sind mit Achtsamkeit oder so dem Bewusstsein, wo sie immer so anfangen sollen. Also weisst du, wie fängst du mit dem an, wenn du das Bedürfnis hast? Ich sage jetzt mal ganz überspitzt gesagt, achtsamer zu leben. Was empfiehlst du den Leuten? Also es gibt natürlich auch Tabücher, wie man kann. Zum Beispiel. Zum Beispiel eins von mir und der Petra Schweitzer. Wir haben das zusammengeschrieben. Wir haben das eigentlich genau aus dem Grund gemacht. Es ist eigentlich wie für Anfänger. Wir haben so ein Schritt-für-Schritt-Programm, wie du wirklich anfangen kannst. Am Anfang machst du eine Bestandesaufnahme. Was ist denn genau? Was stresst mich gerade? Mit was habe ich jetzt gerade Mühe? Du kannst es auch direkt in das Buch gerade reinschreiben. Aber dass du so wie Schritt für Schritt diese Themen durchgehst. Du gehst wie das Thema Angst, das Thema Glaubenssätze. Schlussendlich, bei all diesen Büchern, du erfährst eigentlich immer die gleichen Sachen. Es kommt darauf an, wie vorgeschritten bist du jetzt, dass etwas angeklangt hat oder nicht. Aber die Vorgehensweise ist immer das Gleiche. Zuerst mal das Bewusstwerden und dann einfach Schritt für Schritt die Sachen ein bisschen anschauen und verstehen, wie man funktioniert. Absolut. Für die, die es interessiert, das heisst Selendetox, wie wir uns von negativen Verhaltensmustern lösen. Wir kommen zum besten Buchtitel auf dieser Liste, finde ich, und zwar «Hamster im hinteren Stromgebiet». Ich liebe es. Von Joachim Meierhoff. Warum hast du das Buch ausgewählt? Ich muss sagen, dass ich eigentlich alle Bücher von Joachim Meierhoff lese. Also von dem her habe ich es einfach ausgewählt, weil es gibt ein Neues von ihm oder irgendwie sobald ich sehe, dass es ein Neues gibt, ich habe so eine Handvoll Autoren, wo ich einfach blind jedes Buch kaufe. Einfach entertrückst. Genau. Nimm mein Geld. Da genau. Und alle Titel sind übrigens sehr toll. Es hat auch «Wann wird es endlich so, wie es niemals war?», finde ich auch so einen schönen Buchtitel von ihm. Seine Bücher, und das ist eben auch etwas, wo mir halt, wo man sie gefällt, sind autobiografisch geprägt, er schreibt aus seinem Leben, ich finde, er ist ein wunderbarer Erzähler, er schreibt sehr elegant und er ist sehr persönlich. Er ist wirklich sehr persönlich. Also manchmal, wenn andere Leute involviert sind, frage ich mich, manchmal ist es vielleicht auch indiskret, oder haben die das gelesen? Wissen die das? Redet jetzt noch mit ihm. Aber gerade in diesem Buch geht es darum, dass er vor, also erst 51 war, ich glaube, das war 2018, hatte er einen Schlaganfall und er schreibt eigentlich ziemlich genau, was so passiert. Und in diesem Buch, schlussendlich, ich meine, er ist einfach dann in der Intensivstation, er kommt dann auf die Bettenstation und wird dann entlassen. Aber es passiert sehr viel in ihm. Also schon nur, du hast einerseits so ein bisschen österreichische Gesundheitssystem, das mir ein bisschen zu denken gibt, weil am Anfang muss er wie fast 25 Minuten warten, bis der Frankenwagen überhaupt losfahren kann, bis sie nicht wissen, in welches Spital und nachher kommt er irgendwo an und dann wissen sie nicht, wo ich mit ihm. Also es vergeht etwa eine Stunde und Schlaganfall ist einfach etwas, man muss schon relativ schnell handeln. Ja, absolut. Und dann auch die Zustände dann zum Teil so ein bisschen dort. Also es hat ein bisschen Fragen aufgeworfen, aber ich finde es, ja, ich finde es spannend, einfach zu hören, wie er das erlebt. Und er hat auch in der Art und Weise, wie er schreibt, also es ist nicht ein lustiges Buch, gar nicht, aber es hat halt auch so ein bisschen humorvolle Elemente, die halt dann irgendwo ihm selber ein bisschen die Leichtigkeit gant. Und ich finde, es ist auch die Liebe, finde ich, ein grosses Thema, die Liebe zu seinen Kindern, die Liebe, die nicht mehr da ist zu seiner Ex-Frau, wo die Mutter von diesen zwei Kindern ist, oder wo er kaltet ist sozusagen, die Beziehung zu der neuen Partnerin und das Kind, das er mit ihr hat. Das Schuldgefühl zum Teil, also es passiert sehr viel. Wie wichtig ist Humor in dem Ganzen für dich, allgemein im Leben? Wie begegnest du Humor und Leben? Also allgemein im Leben extrem wichtig. Sehr wichtig. Und jetzt geht speziell in seiner Situation, glaube ich, ich finde es schwierig, dort überhaupt noch einen humorvollen Ansatz zu finden, weil ich glaube, ich wäre so geblagt von Angst und Sorge. Und das ist er auch. Also auch halt, wenn er die anderen Patienten beobachtet oder so Details sieht, beim Pflegepersonal, Sachen auffallen und so weiter. Es ist nicht immer alles ein Lied, muss ich auch sagen. Also bei gewissen Sachen, jetzt auch bei Mitpatienten, habe ich dann damals schon gedacht, das finde ich, also das sind ja reale Leute, oder? Und dann ist zum Teil es auch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, Humor schlussendlich hilft einem ja gerade in schwierigen Situationen, dass man irgendwo eben auch dort ein bisschen Leichtigkeit noch irgendwie finden mag, wenn es noch irgendwie geht. Also von dem her ist das eigentlich eine gesunde Herangehensweise. Ich komme zum nächsten Buch, dort ist Humor und Trauer und Tragik ja auch sehr nahe miteinander verbunden, und zwar ist das Biografie von Matthew Perry «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing». Wieso hast du das noch besprochen? Wieso ist das von allen Biografien, die du hättest auswählen, wieso ist es die? Ich finde, es passt halt auch so ein bisschen in der Reinge hinein, Verlauf des Lebens. Ich finde, es ist ein sehr überraschendes Buch. Ich habe es eigentlich, wo es rausgekommen ist, wollte ich es gerade lesen und habe gesagt, es war auf dem Tisch und einfach nicht dazugekommen und irgendwann ist er gestorben. Und dann habe ich gesagt, nein, oder irgendwie, und wenn ich das jetzt vorher gelesen hätte, hätte ich mir, glaube ich, extrem fest, ich hätte gedacht, der lebt wahrscheinlich wirklich nicht mehr lange. Also das ist schon, aber jetzt, so im Nachhinein, ich finde das Buch, es ist, also ich kenne ihn ja von Friends, ich bin mit Friends aufgewachsen, also es sind wie auch meine Freunde gewesen. Und er war immer der Lustige, der Truppe, oder? Und man hat ihn ins Herz gelassen und irgendwie, ja, alle haben den Chandler Bing gern. und das Buch, finde ich, ist so krass, ein Gegenpol zu dem, was er gespielt hat. Er ist im Leben, finde ich, so eine unglaublich tragische Figur und du willst die ganze Zeit nicht an den Schultern packen und durchschütteln und sagst, Gottfried Stutz, echt Ehrenwort, jetzt komm jetzt. Ja, komm jetzt. Wir machen das jetzt dich nie. Ja, und es tut dir so leid und du verstehst natürlich, er ist alkoholkrank, er ist süchtig, er schreibt auch aus einer sehr starken Opferhaltung raus und gibt immer wieder seinen Eltern die Schuld, meine Eltern haben sich getrennt, als ich klein war und ich habe das und das und das hat mir gefehlt und es geht immer wieder ein bisschen auf das zurück. Und ich glaube, er hat auch das Buch zuerst anders wollen nennen, die Untended Minor oder irgendwie so, also unbeaufsichtiges Kind, weil er hat müssen, als er noch relativ klein war, als sich die Eltern getrennt haben, ich glaube, also er ist ja aus Kanada und da ist der Vater auf L.A. gezogen und er hat dann mal allein auf L.A. fliegen zum Vater. Und dann hat man ihm das Schildli irgendwo umgehängt oder so und er fühlt sich immer noch so wie ein unbeaufsichtiges Kind eigentlich und das ist so traurig und er wird älter und Eltern so wahnsinnig viele Affären, wirklich und er kann, er ist ja sogar mit Julia Roberts zusammen gewesen und er hat es wirklich, er hat es verkackt, es ist so schlimm. Nein, wirklich, weil er einfach immer Angst hatte, dass sich andere von ihm trennen, hat er wie einfach den ersten Schlussstrich gezogen. Aber wenn du dann eben das alles liestest in dem Buch und dann, wenn du Friends auch 500 Mal gesehen hast wie ich, dann weisst du so, ah, das ist in dieser Staffel die ich, er mixt sich ein bisschen, ich finde, er kommt ein bisschen umeinander mit, das ist Danksinn, das ist Danksinn und dann, wenn du es nicht gerade in einem Ding durchliest, dann hast du ein bisschen einen Buff, aber dann weisst du noch, dort wo Julia Roberts die zwei Gastaufträge hatte in der Serie und dass sie eigentlich, wie sie überhaupt dort reinkommen ist und so weiter, es ist eigentlich noch wirklich lustig, wenn du das Hintergrundwissen auch noch so ein bisschen hast, also es sind verschiedene Elemente, aber vor allem finde ich es ein sehr trauriges Buch. Und was hast du dich aber jetzt aus dem herausgenommen, weil du hast ja schon gesagt, dass du aus dem Leben von verschiedenen Leuten gerne auch wie so Schlüsse oder Erkenntnisse für dein eigener ziehst, Buch, mega traurig, spannende Insights auch zu einem Kult wie Friends, aber was hast du für dich auch noch mitgenommen oder was hat es mit dir so gemacht? Ich glaube eben, das zeigt vor allem auch, wie dich deine eigenen Gedanken einfach fertig machen und wie du kannst in eben zum Beispiel bei so einer Opferhaltung abdriften und immer das Gefühl an, du schaffst es nicht und spannend ist eben auch noch, ich meine, er hat so wahnsinnig viel erreicht und wahnsinnig viel verdient und ich meine, sie haben die Pilotfolge gemacht oder die, ich glaube, die erste Staffel, ich weiss gar nicht, wie es angefangen hat, aber sie haben gewusst, es wird ein riesiger Erfolg und es ist herausgekommen, dass es ein riesiger Erfolg wurde, sie haben alle viel Geld verdient, sind schlagartig berühmt worden, alles super gut, das, was er sich immer erträumt hat. Er hat immer gedacht, wenn ich das schaffe, wenn ich dann die Rolle habe und es ist genau so, wie es eben nicht funktioniert, wenn man immer denkt, wenn ich dann pensioniert bin, wird alles besser, wenn ich dann den Abschluss habe, wenn ich dann die Feriengange oder das Buch rausgegeben habe und dann verändert sich nichts. Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich gelesen habe im Buch von Nina Kuhnz, ich denke, ich denke zu viel, dann hat sie auch geschrieben über den Arbeitspsychologen, wo Arrival Fallacy oder den Begriff geprägt hat, dass du eben immer das Gefühl hast, wenn ich dann das schaffe, dann ist der Urlaub und bei ihm hast du das so extrem und er hat wirklich mehr als Glied ja gar nicht mehr drin und nachher hat er ja noch den Film gemacht mit Bruce Willis und der ist ja dann auch ein riesiger Erfolg gewesen, zumindest der erste Teil, also weisst du, alles, was er sich erträumt hat und es ist nichts passiert, weil es ist einfach egal, was aussen passiert, wenn es in dir nicht stimmt. Ich glaube, das ist das, was ich so rausnehme. Wir haben jetzt diverse Bücher besprochen, wo man eben vieles vom Leben der anderen gelernt hat oder eben von Quotes oder so. Bei deinen Büchern nimmt man vieles mit, was man kann, soll, will kochen, aber wenn du jetzt so ein eigenes Rezept fürs Leben machen könntest, für dein persönliches Leben, wenn man das so aufmachen könnte und so etwas draus aus mitnehmen könnte, wie würde das aussehen, jetzt so zum Schluss noch? Ich glaube, ganz viel Achtsamkeit für alles, was man macht und das Bewusstsein, dass man bewusst Sachen macht und sich versteht, glaube ich, das. Gehe ich dir so ein bisschen die Richtung. Es wären ein paar einfache Zutaten, ein einfaches Gericht oder mit ein paar einfacher Wichtigen und dann einfach noch gut gewürzt. Preisengutnis oben drauf. Ja, genau. Das fände ich mega schön. Hennadja, ich fand es mega toll, mit dir zu reden. Ich bin sehr inspiriert. Und darum danke, viel, viel Mal bist du da gewesen. Danke, dass ich auch hier war. Ich habe sehr viel Freude gemacht. Sehr schön. Danke. Danke dir. Und dir danke ich viel Mal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine schöne Lesenzeit und bis dann. über dem Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfiosli.ch